Die Geschichte von Luna und das Geheimnis der Vierwinde Das Land der Vierwinde In einem weit entfernten Land, umgeben von hohen Bergen und tiefen Tälern, lagen vier geheimnisvolle Dörfer. Jedes Dorf war bekannt für seine besondere Verbindung zu einer der vier Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten und Westen. Die Kinder dieser Dörfer trugen die Merkmale und Fähigkeiten ihres Windes in sich. Luna, das Mädchen der Vierwinde Inmitten dieser Dörfer lebte Luna, ein außergewöhnliches Mädchen, das alle vier Winde in sich vereinte. Mit Haaren, die im Sonnenlicht des Ostens schimmerten, Augen so tief wie die Wälder des Nordens, einer Stimme so warm wie der Südwind und einer Leichtigkeit, die an den flüchtigen Westwind erinnerte, war Luna ein wahres Wunder. Die geteilten Welten Luna besuchte täglich jedes Dorf, spielte mit den Nordkindern im Schnee, tanzte mit den Südkindern im Sonnenschein, lauschte den Geschichten der Ostkinder und rannte mit den Westkindern durch die Felder. Doch sie bemerkte, dass die Kinder der Dörfer kaum miteinander interagierten. Das Geheimnis der Angst Luna erkannte, dass die Kinder Angst voreinander hatten. Sie fürchteten sich vor dem Unbekannten und den Unterschieden. Luna wollte diese Barrieren überwinden und den Kindern zeigen, dass Liebe und Verständnis alle Grenzen überwinden können. Das Fest der Vier Winde Luna beschloss, ein großes Fest zu organisieren. Ein Fest, bei dem jedes Dorf seine besonderen Eigenschaften und Talente zeigen konnte, aber auch die der anderen Himmelsrichtungen kennenlernen sollte. Unerwartete Herausforderungen Während der Vorbereitungen auf das Fest traten unerwartete Schwierigkeiten auf, ein starker Sturm aus dem Westen drohte, das Fest zu ruinieren. Doch die Kinder aller Dörfer arbeiteten zusammen, um das Fest zu retten, und lernten dabei, einander zu vertrauen und zu helfen. Das Fest und seine Wunder Am Tag des Festes wurde die Einheit und Stärke der Dörfer deutlich. Jedes Dorf brachte seine einzigartigen Traditionen und Spiele mit, und die Kinder entdeckten die Freude am gemeinsamen Feiern und Spielen. Die Entdeckung der Liebe und Freundschaft Nach und nach lernten die Kinder, ihre Ängste zu überwinden und die Schönheit der anderen Kulturen zu schätzen. Aus Fremden wurden Freunde, und die Kinder erkannten, dass Liebe keine Grenzen kennt. Lunas Glück Luna sah glücklich zu, wie die Kinder aus den verschiedenen Himmelsrichtungen lachten und spielten. Ihr Traum von einem vereinten Land, in dem Liebe und Freundschaft herrschten, war wahr geworden. Die Botschaft der Einheit und Liebe Das Fest der Vier Winde wurde zur Tradition, und die Kinder lernten, einander zu lieben und zu respektieren. Sie verstanden, dass Unterschiede eine Bereicherung sind und dass wahre Liebe alle Grenzen überwindet. Ein vereintes Land der Vier Winde Das Land wurde zu einem Symbol der Harmonie und des gegenseitigen Respekts. Luna hatte allen gezeigt, dass Liebe und Verständnis die mächtigsten Kräfte sind, um die Welt zum Besseren zu verändern. Ende der Geschichte Danke, dass ihr heute bei uns wart. Wenn euch unsere Geschichten gefallen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr kein zauberhaftes Abenteuer verpasst. Eure Unterstützung hilft uns, mehr magische Momente für euch zu erschaffen. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und träumt groß! Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig. 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 Vielen Dank.